Unterhaltung führen, dass man den Ladeskirchen überspringen kann, weil das so lange dauert. Die Gegner haben eine Bombe entdeckt. Lokalisiert. Er ist ja alles verstaugt. Hier ist noch ein Rindtuch. W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w. Wenn ich mich schaue da... Ah, die Tim killen schon dem Gegner, Tim, das ist ja wieder schön. Oh... Der hat mich verdruckt, oder was war das? Das ist falsch. Verzipping ist falsch. Double kill? Bei mir ist noch einer am Ping im Raum. Ich muss nachholen, ich brauche Cover. Hilfe! Oh, ich habe mich wieder killen, Alter! Was war das? Wie war das? Der Tim hat unten eh geklappt. Das hat ein bisschen lang gedauert, bis der Cover gekommen ist. Der hat mich nicht gut getroffen, leider. Soll ich. Wo ist der? Draußen, okay. Kameras. Ich muss selber schauen, wo der ist. Der kämpft wahrscheinlich draußen. Der triggert wahrscheinlich. Der zwang. Ja, freilich kann der das. Heils noch ein bisschen gleich ansaufen mit den Spritzen. Ich habe keine mehr. Rechts! Der ist auch rechts mit dem Raum drin. Der ist oben gelaufen nach Litten. Der hat sich erledigt. Ich habe mal gesehen, dass er da ist. Da habe ich jetzt vorher an der Stelle, wo du jetzt waspinnest, wo du ihn gekillt hast. Da habe ich vorher auch so einen schönen Kill gemacht. Da sind zwei in einer Reihe gestanden. Hintereinander, denen habe ich beide einen Headshot gegeben. Die sind richtig schön wie Dominosteiner. Hintereinander gestanden. Sauber. Ist ein schöner Kill gewesen. Einfach hingeschossen, zwei Headshots. Hintereinander. 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 Ich möchte ja gar nicht wissen, wie viel Cash das Ubisoft schon gemacht hat. Mit den ganzen Cheater-Kiddies. Weil die dann gleich einen neuen Account kaufen. Für, weiß ich nicht, einen Killian billigen. Und dann wird der auch gleich wieder gesperrt. Und dann kaufen sie gleich den nächsten. Und das ist eine richtige Einnahmequelle. Ich weiß schon. Das ist eine coole Einnahmequelle. Da waren sie auf der einen Seite nicht blöd. Wenn sie die Cheats selber ausbringen. Und dann dann sie sich immer angeblich patchen. Und dann kommt wieder der nächste. Dass sehr viel keiner nachweisen können, dass die Cheats eigentlich Ubisoft kommen. Ja. Das hat noch einer ein Schild. Nein. Das ist ein wenig blöd, wenn die Tür da oben ist. Weil da kommen sie meistens. Ja ja. Ah jetzt. Ah ja. Ich hab oben was gehört. Bei dem anderen Hauptraum da. Ja. Winter. Ich hab da Kamera. Du brauchst die raus schauen unbedingt. Achso. Ähm. Meine Kugelsichere Kamera. Wenn du die schaust. Das ist ähm. Die kommen. Glaube. Ja. Die kommen von oben. Wo der Dimmer. Nein nicht wo der Dimmer ist. Aber da vorne. Bei mir kommt jetzt einer auch unten. Bei mir. Da. Ja, da, da. Kiebel. Warnschotten. Das gibt's nicht. Was ist das für ein Hacker? 40er Pena oder so was der hat. Wäß du nicht hin? Oh jeder da ist! Hauptwaffen noch lange? Da ist noch ein Loch, glaube ich, oder? Der kommt noch mal. Ich höre den bei der Kugelsicherheit, da ist er! Das war der Thatcher. Das sagt er, wenn von hinten einer kommt. Vor hinten, vor hinten! Beide sogar! Beide von hinten! Einer links, einer rechts bei der Tür! Einer geht rein, einer pusht dich! Einer geht zum Passeraum rein und der andere kommt vom Gang! Da ist, da ist die andere. Die kommt noch da! Die kommt! Das blendet er! Oh, was ist denn das? Wo ist er? Oh, genau! Ich sehe ihn! Oh, ohne wie es mir schau! Ich habe ihn mit so einem schlechten Eben gekriegt, der hat ja überhaupt ganz Skiller! Einfach so eine Dauerfeier mit einem Gähre aus der Hüftenbau! Ist das ein Skiller! Kann er es dann! Und ich finde das einfach so dreckig, er macht einfach ein Lächeln und dann aimt er ab! Und das Team ist auch Müll! Die zwei Rennen, die wir dabei haben! Weil da bin ich dann aufs Loch gegangen und wollte dann schauen, wo der ist und wollte den killen und dann schießt man das Kreuz, weil die anderen schon verrückt werden! Das schaffen sie nicht einmal, dass sie eine Seite decken. Das wird absolut unfähig! Ah! Nein! Das ist ein Valkyrie! Das habe ich schon gesehen! Ja! Das sind nur ein Freund eh im Erdgeschoss, wenn mich nicht alles täuscht! Wahrscheinlich werden sie eh derselbe Raum sein, wo wir mir vorher waren! Ah! Das ist derselbe Raum, wo wir mir vorher waren! Das ist derselbe Raum, wo wir mir vorher waren! Das ist einer Lping-Wольшin-Dellen Dreimckin! da ist einer drin rechts ist einer da hat man beim Camp gesehen Den habe ich durch die Weng geschossen Hey, da ist noch einer links So, von hinten Ich habe schneller gemessen, wenn der einen Report bekommt Schau, Pain-User Der liegt am Boden Ich habe es mir schon die ganze Zeit gedacht Ich habe es nicht gesehen Was ist das, Alter? Der, wo die Valkyrie spielt, der ist auch nicht ganz sauber Und Punkt Exe, du kennst dich eh gleich wieder aus Wenn du so ein Hals und dann so ein Spätfeld Was die für Pings auch wieder haben Das ist eh schon wieder so der Rexke-Cheater-Team da Das ist jetzt ein Scheiß, dass er da geschossen hat Was tut er denn? Ich treffe ihn du, das siehst du Das hat er so gekackt Wenn man seinen Kopf so schlecht denkt Dann hätten wir ihn so schön drinnen können Was hat denn das überhaupt gebraucht? Erst steigt er ein und dann wieder aussehen Das gibt auch überhaupt keinen Sinn Da hätte er auch gleich drinnen bleiben können Was ist denn das? Finde ich es so scheiße, dass die Twitch nicht mehr mit einer Drohne startet Na Was denn das gemacht? Wahrscheinlich, weil man am Anfang von der Runden dann eine Zeugrubel kaputt schießen kann Wenn man so einen Hyping hat und dann Exe im Namen schaut Dann kennst du dich gleich aus Das sind dann wieder die Richtungen Da hat er das Spiel verlassen, da schaut er das ab Wahrscheinlich hat der Bettler auch ausgeschlagen Wenn einer schon Punkt Exe weiß, dann kennst du dich auch aus Der hat eigentlich gleich mit einem Namensfilter gepannt Habt ihr ja nicht eh? Mit einem Filter gehört er weggefangen Wenn Punkt Exe im Namen ist, der ist drin Habt ihr ja nicht eh schon mal welche Hände in der Runden gehabt, die mitten unter dem Match dann ausgeflogen sind Ist gestanden, wegen Cheatens gesperrt Ja, haben wir schon oft gehabt Da ist dann der Spielername dort gestanden Und dann wurde vom BattleEye wegen Cheatens gesperrt Während wir live drin waren, haben wir schon oft gehabt Bei dem Spiel ist das nicht so nice Da ist so viele Hacken Jetzt sind da auch so viele Kiddies drin Der letzte kann wieder kein Wider sein. Da ist wer drinnen, ich höre ihn. Oh, der hat ja gepusht raus! Jetzt ist er wieder reingegangen. War das den Mira? Nein. Ich weiß gar nicht. Da ist jemand schon hier bei dir. Ich gehe mal für einen Diffuser. Aber er wird jetzt wieder irgendwo campen. Ich habe auch eine Kamera gelegt. Du kannst ja schauen, wenn es ist. Da gehen wir jetzt nicht umeinander. Da gehen wir jetzt für einen Diffuser. Da muss man jetzt ein F drücken, oder? Dass man den aufhebt. Jetzt habe ich das Handy nicht gehört. Ich kann da mal mit... Ah, der ist mit da. Da ist ein Mech. Oder? Ja, der ist da bei mir. Nice. Nice. Habe ich den jetzt zugespampt? Wider! 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 Der hat kein Scheiß gehabt. Einfach Dauerfeuer mit der Simi. Hm. Verteidigen! Da hat er kein Scheiß. Wenn er da unter dem Dauerfeuer steht. Der andere ist aber echt ein Hacker. Der, der den anderen beim Sprung gleich gekillt hat. Der von der Exe. Wahrscheinlich hat er jetzt noch richtig auf. Der eine, der Exe wird jetzt zwei vor. Ja, und der Cheat hat er ungeheim verlieren. Da drehen sie dann noch richtig auf. Dass sie das Blatt noch wenden mit dem Cheat. Weil da macht er auch Spielfeld Spaß. Wenn er mit dem Cheat ist. Weil wir ja eh die Runden gewinnen. Das ist dann so spannend. Ah, die Runden habe ich schon wieder gewonnen. Ha. Das ist ja fast wie die letzte Runden. Da habe ich auch gewonnen. Für genau die 100 Runden auch davor. Da habe ich auch jemanden gewonnen. Aber jetzt haben sie schon wieder meinen 12. Account gesperrt. Oh. Oh. Aber gut, dass ich 30 Accounts in meinem Sortiment habe. Da habe ich auch noch ein paar. Bis einmal wieder ein paar Russenkies gekauft habe. Auf Kinguin. Na ja. Jetzt habe ich gerade noch. Habe gerade noch 7 Accounts. Jetzt wird es einmal wieder Zeit. Jetzt muss ich einmal wieder ein paar Kinguin-Kies kaufen. Für 3 Euro. Da kaufen wir am besten gleich wieder 20 Stück. Ja. Da ist wieder der Ofer. Ich schaue mal, wenn es kommt. Unten? Oder da jetzt war das? Oder ich weiß nicht, ob es oben oder unten war. Aber ich glaube unten war es. Ja. Ja. Null. Der letzte ist Switch. Ich habe da schon nicht umeinander gefahren. Der ist unten rechts. Ah, Rosten. Nice. Das war eine schöne Runde. Aber auch noch, weil der Schütter entfernt worden ist von dem Duo. Ja. Und der andere Schütter hat sich doch nicht so traut. Das war eine schöne Runde. Der war eh der Schlimmer, der entfernt worden ist. Der hat einen 273er Kingo. Gut, dass er ausgeflogen ist. Schaut.